Hallo Leute, grüßt euch wieder bei MyNextOne bei YouTube im Hardwarekanal. Wie ihr seht, ein Hardwarecheck. Wir haben hier eine Grafikkarte, wir haben hier eine MSI 4060 Ti mit 8 GB. Ja Leute, ich weiß nicht, ob ich sie hassen soll oder ob ich sie lieben soll, deswegen bleibt in diesem Video dran. Wir schauen uns die Grafikkarte natürlich einmal mit den Specs an, dann ziehen wir uns natürlich einmal den Vergleich zu anderen Grafikkarten rein. Das heißt, welche ist besser und welche ist schlechter und wo vielleicht hier ein Vor- oder auch ein Nachteil dieser Grafikkarte ist. Aber alles erst nach dem 360 Grad rundum Blick. Als allererstes verschaffen wir uns natürlich einen Überblick, was bei der Grafikkarte alles dabei ist oder das sogenannte Unboxing. Wir haben hier die MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X in der Black Edition. Das ist die 8 GB Variante und dazu auch die OC. Das heißt, der Boost-Takt ist ein bisschen höher als bei der normalen Variante. Ja, wie wir hier sehen, gibt es hier einfach nicht mehr viel auszupacken. Wir haben hier einen Karton und in dem Karton ist halt die Grafikkarte drinne und das war es dann an der Stelle auch. Ja, bei der 4060 musste ich jetzt schon mal ein bisschen staunen. Es gibt auch wieder kleine Grafikkarten. Komm mal rüber, schalt mal Kamera raus. Und die ist einfach riesig. Das Ding wiegt eine Tonne. Und zwar, ihr seht hier den Unterschied. Die ist riesig. Die ist einfach viel, viel größer. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, wenn man einen kleinen PC hat. Die passt definitiv in jeden PC rein. Wir haben hier eine Zwei-Lüfter-Variante, wie man hier sieht. Und wenn man hier von vorne schaut, ist das auch weiterhin eine Zwei-Slot-Variante. Das heißt, sie überdeckt auch nicht wirklich mehr Slots am Computer. Das heißt, wenn es ja wirklich schlecht läuft bei einer großen 40er-Serie, dann habe ich plötzlich gar keinen Slot mehr frei, weil die Grafikkarte eine 3 oder 3,5-Slot ist. Ja, wir haben hier genug Anschlüsse für auf jeden Fall, ich sage es mal so, Monitore, worauf wir gleich aber noch eingehen werden. Und nur kurz zum Überblick. Wir haben hier einen 8-Pin-Anschluss. Das ist eine schöne Geschichte, weil dieses Grafikkarten-Modell verbraucht natürlich wieder einiges weniger an Leistung. Das ist eine gute Sache, weil bei der 30er-Serie hatte ich das Gefühl, die Leistung geht immer weiter hoch und wir können irgendwann den Strom für so eine Karte einfach gar nicht mehr bezahlen. Toi, 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 das ist hier zum Glück runtergegangen. Wenn wir uns jetzt die Fakten der Grafikkarte anschauen, gehen wir am besten als allererstes mal auf die Maße ein. Wir haben hier eine Länge von 199 mm, wir haben hier eine Höhe von 120 mm und wir haben hier eine Tiefe oder Breite von 42 mm. Das ist im Vergleich zu einer anderen Grafikkarte aus der 40er-Serie wirklich klein und das ist auch manchmal ein Vorteil, weil ich ja nicht immer so ein Riesengehäuse habe. Ja, gehen wir als erstes mal auf die Speicheranbindung ein. Die Grafikkarte besitzt PCI Express 4.0, ist aber nur mit 8 Lanes angebunden. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Um es mal kurz zu erklären, wir haben ein Main-Mode mit PCI Express 4.0, welches 16 Lanes besitzt. Die Grafikkarte hat PCI Express 4.0, wird aber nur mit 8 Lanes, ich sag mal so, angeschlossen, weil die so programmiert worden ist. Das heißt, in der Grafikkarte steckt jetzt leider schon ein Flaschenhals drin und deswegen gibt es hier definitiv schon einen Abzug in der Note. Und ich würde sagen, schöne Grüße an den Hersteller, ich weiß nicht, was das soll und warum man das tut. Tja, wir werden es wohl nie erfahren. Wenn wir uns jetzt die Rechenleistung der Grafikkarte angucken und die einmal mit einer 4060 und einer 4060 Ti vergleichen, dann sehen wir, dass die 4060 Ti 4352 Kuda-Kerne hat und die 4060 3072 Kuda-Kerne hat. Ich würde sagen, dass es so ein Unterschied von ungefähr 7% bei der Grafikkarte sind. Wir haben hier eine 8 GB Variante, auch da wieder schöne Grüße an den Hersteller. Ja, warum gibt es nicht gleich eine Grafikkarte mit 12 GB oder mit 16? Warum gibt es erst noch ein Modell mit 8 GB? Und es gibt ja jetzt bald ein 16 GB Modell, aber warum muss der Unterschied da ungefähr 100 Euro sein? Oder ist das wieder hausgemacht? Kann man nicht hier gleich eine Grafikkarte anbieten? Ich sag mal so, wo der Preis relativ gleich ist und dann gleich vielleicht eine 12 GB Variante. Ich verstehe nicht, warum wir jetzt wieder auf 8 GB sind. Dies könnte auf Dauer natürlich für Spiele etwas wenig Grafikspeicher sein. Ja, dann haben wir hier eine 128-Bit-Anbindung. Auch das verstehe ich leider wieder nicht. Bei den alten Grafikkarten hatten wir 256 Bit. Hier sind es jetzt wieder nur noch 128 Bit. Keine Ahnung warum, Leute. Ich kann es euch einfach nicht erklären. Der Vorteil bei dieser Grafikkarte ist natürlich, weil es die 4060 Serie ist, verbraucht sie natürlich einiges weniger Strom als bei einer 3060. Die 3060 liegt so bei ungefähr 200 Watt, während die 4060 Ti bei 160 Watt liegt. Das ist auf jeden Fall schon eine feine Sache, weil der Strom ist ja im Moment nicht wirklich billig. Vorgeschlagen wird hier ein 550 Watt Netzteil und die Grafikkarte kann eine Auflösung von 7680 x 4320 maximal, wobei man das natürlich nicht fahren wird. Ich gehe davon aus, dass man diese Grafikkarte so gut in die 1080p einsortieren wird. Ich denke, da ist es dann eine wirklich gute Grafikkarte. Was ist ein Vorteil bei so einer Grafikkarte? Natürlich die LSS 3.0. Wie man das hier im Video sieht, einmal ohne die LSS und RTX und natürlich dann einmal mit. Und da ist natürlich schon ein krasser Unterschied, was die FPS-Zahlen angeht. Das ist natürlich eine ganz klare Sache. Eine KI ersetzt uns Zwischenbilder und dadurch schaffen wir es natürlich, eine viel höhere FPS-Zahlen bei Games zu kriegen und haben dadurch natürlich ein viel besseres Bild. So, vergleichen wir die Grafikkarte jetzt einmal mit einer 3060 Ti. Wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Auch hier habe ich wieder ein schönes Video und wie wir sehen, haben wir bei der 3060 Ti eine viel höhere Leistungsaufnahme von ungefähr 200 Watt und einiges weniger an Bildern im Vergleich zu der 4060 Ti. Da haben wir nur ungefähr 140 Watt Leistungsaufnahme und natürlich immer um die 40 Bilder mehr. Und das ist natürlich ein echter Vorteil für diese Grafikkarte. Schauen wir uns jetzt einmal die Anschlüsse der Grafikkarte an. Einmal hier noch von vorne, wie wir hier sehen, zwei Lüfter. Das ist auch nach meiner Meinung wertig. Es ist natürlich alles aus Plastik, aber das reicht ihr völlig aus. Wenn wir uns jetzt noch einmal die Rückseite anschauen, auch hier natürlich, die Backpad ist auch aus Plastik. Aber das ist irgendwie stabil und die Haptik ist völlig in Ordnung, von daher passt das. Wo ich jetzt leider kein Foto habe, ist jetzt hier von dem Anschluss an der Seite. Wie wir hier sehen, haben wir hier nur einen 8-Pin-Anschluss. Das heißt, wir brauchen auch kein großes Netzteil. Deswegen gibt der Hersteller die Empfehlung hier raus von 550 Watt. Und ich denke, das reicht auch für die Grafikkarte locker aus. Schauen wir uns einmal die Anschlüsse der Grafikkarte an. Ja, wie wir sehen, haben wir einmal einen HDMI-Anschluss und dreimal einen Displayport. Wobei ich natürlich immer den Displayport bevorzugen würde, weil dort der Durchsatz natürlich immer ein bisschen höher ist. Aber welche Leistung oder welche FPS-Zahlen schafft diese Grafikkarte bei Games? Wie sieht es hier bei Cyberpunk 2077 aus, natürlich auch in 1080p. Da haben wir bei der Radeon 6800 116 Bilder pro Sekunde. Bei der 3070 haben wir 105 Bilder pro Sekunde. Bei unserer 4060 Ti haben wir 103 Bilder pro Sekunde. Und bei dem vorgängigen Modell 3060 Ti haben wir 95 Bilder pro Sekunde. Das heißt, wir liegen mit der Grafikkarte ungefähr immer 7% schneller als bei dem vorgängigen Modell der 3060 Ti. Ja, ich habe hier nochmal einen anderen Überblick von Nvidia, wo eine ganze Menge Games aufgelistet sind. Und natürlich auch nochmal im Vergleich zu anderen Grafikkarten. Ja, könnt ihr euch gerne nochmal in Ruhe anschauen. Kommen wir nun zum alles entscheidenden Fazit bei so einer Grafikkarte. Ja, wir haben hier nur 8 GB Speicher drin. Das könnte bei Games auf lange Sicht vielleicht ein bisschen zu wenig sein. Wir haben hier zwar eine PC Express 4.0, aber nur mit 8 Lanes angebunden. Ich weiß nicht, warum der Hersteller hier direkt einen Flaschenhals in die Grafikkarte einbaut. Ich verstehe es einfach nicht. Wir haben hier eine Speicheranbindung von 128 Bit. Ich verstehe auch hier nicht, warum wir nicht wie beim vorgängigen Modell 256 Bit haben. Keine Ahnung. Aber, Leute, was muss ich jetzt dazu sagen? Wir haben hier eine Grafikkarte, die perfektes HD macht. Ganz ehrlich. Wir können mit der Grafikkarte jedes Game ohne Probleme in Full HD spielen, mit hoher Auflösung. Sie verbraucht weniger Strom wie die Vorgängerkarte, sogar einiges weniger. Ich glaube knapp so 70 Watt weniger. Das ist natürlich bei dem aktuellen, ich sage es mal so, Preis eine ganz feine Geschichte. Und für die meisten ist das wahrscheinlich dann vielleicht doch ausreichend. Aber damit bin ich raus, Leute. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns. Lasst ein Abo da. Bis dann. Ciao.